Jetzt haben wir noch Proximity Mine. Overload. Los geht's. Die Schilder haben wir jetzt nämlich down. Sollten wir machen. Ne bringt nichts. Kurz warten. Vielleicht eine Proximity Mine schmeißen mit Garrus und dann rücken wir vor. Was kann Liara denn tolles? Okay. Hört sich ziemlich gut an. Hier ist natürlich wieder biotisch. Kann wieder so toll die Gegner schweben lassen. Okay, von Proximity Mine. Sehr schön. Weg. Und vorrücken. Wow. Sehr schön. So, jetzt mal runter. Oh, Garnate. Yeah. Oh nein. Kein neues Tourette. Bist du krank? Ah, mehr von diesen Viechern. Okay, Garrus, Proximity Mine. Shit, der wirft keine. Ist down. Ah, ich kann auch First Aid einfach auf 3 machen. Zup. Leara ist down. Japp. Muss aufpassen. Oh, keine Munition mehr. Zack. Okay, Lackengranate. Nope. Na komm. Gesicht. So sieht's aus. Okay. Zum nächsten Checkpoint. Oh. Guck dir das an. Sauber noise. Guck dir das an. Wäsche. Weiter geht's. Was haben wir hier? Medical Station. Medigale. Oh, mehr von den. Wow. Böses Viech. Ah, du entkommst nicht. Oh, da sind noch mehr. Der Chip hat ein Schild. Direkt Overload drauf. Sehr schön. Ja! Ich liebe, dass wir jetzt durchspringen. Oh, der hat ein Schild. Okay, da sollten wir aufpassen. Mach das mal. Sehr schön. Müssen wir aber irgendwie noch zum Schweben bringen. Das Büchse mit dem Mindrover ist. Sehr schöne Sache. Ich bin an Vanguard. Boom! Ja! Das ist Vanguard, Leute. Liebe es. Los, ich zur Seite spinnen, kommen wir auch. Nach hinten auch. Und nach vorne. Okay, wir sollten nach oben gehen. Tun nämlich noch wieder rum. Wow, da schwebt einer. Das war, bis er auf dem Boden ist. Na, komm mal her. Zack! Sehr schön. Okay, schon unterwegs? Keine Panik. Oh, er hält die Hand vor der Tür. Aber ein neues. Okay. Boom! Das war's für ihn. Zack, down. Oh, er schläft dabei einer Lustig-Mass. Keiner wird überleben. Äh! Ich muss aufpassen, sonst riecht Shepard ein Gesheppard. Shepard riecht ein Gesheppard. Ich liebe es. Okay. Da haben wir das Terminal. Ist doch das hier, oder nicht? Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, da. Sollte der Aufzug wieder funktionieren. Munizun voll. Mehr von denen. Und zersprungen. Zack. Zeron. Oh, wer hat die mit den Schildern... Oh, granate, granate, granate. Okay. Garry's Proximity Mine. Ah, das macht Liara. Alles klar. Deshalb schwebt er da nur rum. Das war's für dich. Oh! Oh, wo ist er? Oh! Gar nichts gebracht! Komm mal her. Oh, Gott. Schnell in Deckung hübschen. Zaller neben. Das war's. Okay, bin dabei. sehr wichtig für dich. Earth's Survival depends on getting you out of here alive. How many more checkpoints? Just the landing area. Hope Earth not Rex still waiting. Rex can't teach his hands of a fertile female. He'll be there. Oh, Rex wird sie bespringen. Mehr von ihnen. Oh, ich find mein Effekt 3 schon richtig geil. Ich freu mich auf die Vollversion. Okay, wir haben Level Up. Das sollten wir nutzen. Hoffentlich nur die Demo ist. Wenn wir auf Cryo-Amo gehen. Upgrade Power. Sehr schön. Für Gareth gibt's leider nichts. Für sie auch nicht. Okay. Man muss aber auch aufpassen als Fänger, dass man nicht zu weit verrückt. Wie für eine Shotgun-Munition? Tatsache. Uh, ich hab gar nicht nachgeladen. Sehr schlau. Hab's so wild. Na, komm da raus. Oh, eingefroren. Tut mir aber leid. Komm mal gleich mit. Linser haben wir bekommen, hm? Wo ist er? Yes. Mach wirklich Spaß mit den Nahkampfangriffen. Bin dabei. Oh, man muss die Türen nicht mehr hacken. Ich hab grad gesehen, Bypass-Dor. Muss man anscheinend nicht mehr machen. Ja, natürlich. Hier gleich eine Proximity-Mine rein. Wär perfekt, wenn ich's Garo schon oben. Jetzt wechseln wir auf Diva-Förmer. Und einmal das Sphere. Sehr schön. Vielleicht alle drin. Wunderbar. Uh, Granate. Vanguard-Power. Boah. Bam. Hö? Eigentlich fliegt er meine Nocken. Katsch. Was war's denn für dich? Okay. Let's get to the right. Verladen wir sich auf's Schiff. Okay, alles gut. Wow, was ist das denn? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Wow, ein riesiger Mech. Kann doch nicht wahr sein. Du lässt uns Shepard. Jetzt krieg ich Shepard ein Gescheppard. Wir haben aber kein Raketen. Wir haben einfach so nur nur Pistolen. Toll. Wir machen das schon. Irgendwie. Okay. Äh. Okay. Erstmal zur Pistole. Dann. Overload. Das sind die Schilde weggehen. Wenn auch nur ein bisschen. Was kann sie denn tolles machen? Glauben wir nichts bringen. Sollen die Typen wechseln? Drauf. Ja, das geht gut. Das geht gut. Oh, fuck. Fast tot. Oh, oh. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Ne. Klasse. Ich hätte schon eher abholen müssen. Ist aber auch knackig. Weg hier. Jetzt mal wieder mit Overload versuchen. Okay. Screwdose. Wieder auf meine Pistolen, Mark. Oh, wir laufen hier schneller. Oh Gott, wo kommen die denn alle her?